Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Fine-Home-Kanal. Der Kanal für intelligente, smarte Haushaltshelfer in einem super Design in den Bereichen Haushalt, Küche, Garten, Elektronik. Heute haben wir euch ein kleines, aber sehr feines Produkt mitgebracht in einem sehr, sehr ansprechenden Design mit dem gewissen Etwas. Und wir, das sind meine Assistentin, Marli und ich, euer Andreas. Wir haben heute dabei den betriebbetriebenen, beleuchteten Salz- und Pfefferstreuer. Was alles in der Box ist und wie er funktioniert und wie richtig stylisch er im Haushalt wirkt, das zeigen wir euch jetzt. Pack mal aus und zeige, was sich in der schönen Box verbirgt. Das ist ein Pinsel, damit kann man die Salz- und Pfefferstreuer reinigen. Hier noch Salz- und Pfefferstreuer. Es sind auch schon zwei Stück drin. Wir sehen ja auch ein Schaber zusätzlich. Und das Handbuch noch. Und natürlich auch das Handbuch. So, meine liebe Marli, dann würde ich sagen, zeigen wir gleich mal das schöne Design in der Nahaufnahme. So, wie man schon sieht hier, besteht unser Salz- und Pfefferstreuer in einem sehr, sehr coolen Design. Wir haben ein sehr robustes und leicht zu reinigenden Füllkörper für das grobkörnige Salz und den Pfeffer. Wir haben hier, wo unser Fine Life Pro Logo zu sehen ist, aus gebürstetem Edelstahl, einen Mittelring, sehr elegant und der Kopf aus einem matten und sehr gut griffigem Plastik. Und der Blick nach oben zeigt das Malwerk, welches auch beleuchtet ist, welches wir gleich sehen werden. Und man kann auch durch den Drehverschluss die Körnung verändern. Was so, Marli, dann würde ich sagen, befüllen wir unsere beiden Streuer und dann zeigen wir unseren Zuschauern das Ganze in Aktion. Ja. Das Aufmachen, Auftrigen, ist auch kindereinfach. Einmal hier, Erster. Zweiter. Haben wir hier als erstes Mal Salz. Und Pfeffer. Jetzt erstmal zuschrauben. Da probieren wir jetzt mal aus, wie das sich so zu nutzen hilft. Ganz einfach, einfach umdrehen und dann kommt es direkt schon mal raus. Sehr stylisch mit der blauen Farbe. Macht sich natürlich auch richtig gut, wenn ihr Gäste habt und den Salz- und Pfeffer-Streuer auf dem Tisch stehen habt, dass ihn jeder bedienen kann. Ja, dann. Wie man hier seht, hat die Marli eine grobe Körnung genommen. Jetzt noch den Pfeffer. Jetzt wende ich noch die Körner. Super. So, ich würde sagen, ein super Ergebnis. Einfach in der Bedienung. Und ich glaube, es stimmt mir zu, dass das ein sehr, sehr stylischer Begleiter ist für eure nächste Dinner-Party. Macht sich sehr, sehr gut auf dem Tisch. Auch die Beleuchtung, glaube ich, wirkt sehr, sehr cool und vor allen Dingen leicht zu reinigen, leicht zu handhaben. Und das Beste ist, momentan auf unserer findshome.com-Webseite, welche ich unten verlinken werde, ist dieses Set momentan im Angebot, statt 30 Euro für nur 17,99 Euro. Von daher schaut drauf, dort findet ihr auch alle unsere weiteren Produkte für den Haushalt, für den Garten, unsere intelligenten Haushaltshelfer. Schaut auch die anderen Videos auf unserem Kanal an, die wir bereits online gestellt haben. Und damit verabschieden wir uns für heute. Auch vielen Dank von mir, lasst einen Daumen da und abonniert unseren Kanal, sodass ihr kein neues Video verpackt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.